Vietnam vollzieht einen Spagat zwischen Tradition und Moderne. Mit 96 Millionen Menschen gehört das Land zu den am dichtesten besiedelten Regionen der Welt. Nachts wird deutlich, gut ein Drittel aller Vietnamesen lebt in Städten. Seit 1986 treibt der Staat mit den Wirtschaftsreformen Doi Moi die Entwicklung Vietnams zur Industrienation voran. In großen Städten wie Hanoi deutlich spürbar. Aus Tradition findet jeden Monat ein Lichterfest statt. In Hoi An strahlen dann tausende Monde auf dem Fluss. Ein Touristenmagnet. In Ho Chi Minh Stadt, dem ehemaligen Saigon, leben mit gut acht Millionen Vietnamesen die meisten Menschen auf engem Raum. Wer in Vietnam mobil sein will, fährt Roller. Rund 45 Millionen überfluten die Straßen im Land. Das ist viel. Vietnam ist deutlich kleiner als Deutschland. Seine Infrastruktur weitgehend veraltet. Etwa 45 Flughäfen besitzt Vietnam. In Deutschland gibt es mehr als 500. Warenverkehr fand schon immer über Flüsse und das Meer statt. Über 47.000 Kilometer Wasserwege. Nur Russland, China und Brasilien besitzen mehr. Rückständig die Entwicklung von Straßen und Schienennetz. Die wichtigste Eisenbahnstrecke entsteht zwischen 1899 und 1936. Über sie verbindet der Wiedervereinigungsexpress den Süden mit dem Norden. Sie ist die erste und mit knapp zwei Kilometern auch die längste Eisenbahnbrücke aus der französischen Kolonialzeit in Indochina. Weil sie aussieht wie der umgelegte Eiffelturm, geben ihr die französischen Besatzer den Spitznamen Eiffelbrücke. Seit fast 120 Jahren überquert die Long Bien Brücke den Roten Fluss. Viele Menschen wechseln auf ihr täglich die beiden Seiten Hanois. Unter ihnen Andreas Margara. Der deutsche Historiker interessiert sich für die vietnamesische Sicht auf die Geschichte. Rund 100 Jahre halten die Franzosen das Land besetzt. Im zweiten Weltkrieg die Japaner. Danach findet bis 1954 der erste Indochina-Krieg statt. Im Anschluss daran der Bruderkrieg zwischen dem kommunistischen Norden und dem westlich geprägten Süden. Durch das Eingreifen der Amerikaner eskaliert dieser Krieg. Allein die Long Bien Brücke bombardieren sie 200 Mal. Die Bürger Hanois geben nicht auf und setzen ihre Brücke immer wieder instand. Die Long Bien Brücke ist auch ein Wahrzeichen für die Ausdauer und Widerstandsfähigkeit der Vietnamesen. Es gibt hier auch ein Sprichwort dafür, das heißt Cho Cho Da Se. Das heißt, der Grashüpfer tritt den Wagen und bedeutet so viel wie diese David gegen Goliath Analogie. Der Kleine kann auch gegen den Stärkeren gewinnen, wenn er genug Fleiß an den Tag legt, hart dafür kämpft und ausdauernd ist. Bis heute steht die Long Bien Brücke als Symbol für den unbeugsamen Willen der Menschen in Hanoi. In der Altstadt lässt sich eine weitere vietnamesische Wesensart beobachten. Gelassenheit. Mehrmals am Tag zwängt sich der Wiedervereinigungsexpress durch die enge Gasse. Dem Zug schenken die Anwohner keine Beachtung. Ruhig und entspannt gehen sie ihren Alltagsbeschäftigungen nach. 1964 beginnt der Amerikanische Krieg, wie ihn die Vietnamesen nennen. Mit der Operation Rolling Thunder, Donnergrollen, soll der kommunistische Norden in die Steinzeit zurückgebombt werden. Das Museum für Militärgeschichte hält die Erinnerung daran wach. Mehr als sieben Millionen Tonnen Bomben wirft die Air Force flächendeckend ab. Darunter 400.000 Tonnen mit Napalm. Napalm explodiert mit 2000 Grad und verbrennt Militärs und Zivilisten. Flächenbombardements verstoßen nach den Genfer Abkommen von 1949 gegen Völkerrecht. Die US-Armee ist als hochgerüstete Übermacht in den Krieg gestartet und hat sich auf so einen konventionellen Krieg vorbereitet. Es gab noch nie so eine Bombenwelle wie im Vietnamkrieg. Mit was sie nicht gerechnet haben ist, dass die Vietnamesen teilweise schlichtweg nicht zu sehen waren als Gegner. Maos Leitspruch, du musst dich wie ein Fisch im Wasser bewegen als Guerilla, dann bleibst du unsichtbar. Den haben die Vietnamesen perfekt umgesetzt. Tagsüber waren sie als Reisbauern auf den Feldern aktiv und in ihren Dörfern. Und nachts haben sie eben konspirativ in den Tunneln sich zusammengetan und haben immer in Teilen ihre Angriffe gestartet auf die US-Armee. 1966 will die amerikanische Militärführung mit der Strategie Search and Destroy, Suchen und Zerstören, den Wendepunkt schaffen. Fast 400.000 Soldaten sind im Einsatz. Die Generäle erklären ganze Landstriche zu Free-Fire-Zonen. Die GIs dürfen auf alles schießen, was sich bewegt. Amerika macht aus seinen Soldaten Tötungsmaschinen. Willkürlich werden Dörfer zerstört. Das Sippo-Feuerzeug wird zum Symbol dafür. Die Strategie der Vietnamesen folgt im jahrzehntelangen Kampf ums Überleben einer einfachen Logik. Schon im ersten Indochina-Krieg haben sie 1948 begonnen, Tunnel zu graben. Die bauen sie weiter aus und verstecken dort auch ihre Kommandozentralen. Kleiner als die Männer können sich die Frauen hier unten besser bewegen. Die meisten Tunnel sind nur 80 Zentimeter hoch und 60 breit. Das war das Büro der Sekretärinnen. Und das ist ein Holzkissen. Ein Teil der Frauen kämpft auch direkt an der Front. Ihre Mütter und Kinder suchen währenddessen Zuflucht in den Tunneln. Selbst Operationen finden unter der Erde statt. Andreas Margara erkundet die Tunnelwelt von Go Chi. Hier haben die Vietnamesen in jahrzehntelanger Arbeit die Infrastruktur mehrerer Dörfer tief in die Erde gegraben. Mehr als 200 Kilometer umfasst das dreistöckige Tunnelsystem. Die größten Räume sind knapp 1,80 Meter hoch und fast 4,60 Meter breit. Neben OPs gibt es Wohnräume, Lagerräume, sogar Theater, Kindergärten und mehrere Küchen. Not macht erfinderisch. Dieses Lebensmotto war im Tunnelkampf überlebenswichtig für die Vietnamesen. Ein schönes Beispiel sind die rauchfreien Dien-Pen-Fu-Küchen. Hier wurde unterirdisch gekocht und mit verschiedenen Rauchabzügen, die mit Blättern bedeckt waren, haben es ermöglicht, dass die Vietnamesen von den Feinden nicht aufgespült werden konnten, die oben gelaufen sind und nichts von dem Rauch gesehen haben. Andreas Magara trifft Ho Thi Tham. Während des Krieges war sie Kontaktfrau des Kommando T4, einer berüchtigten Todesschwadron der Vietkom. In der ehemaligen Kommandozentrale von Go Chi erzählt sie ihre Geschichte. Von Hass auf den Feind, von Sehnsucht nach Freiheit und von Selbstvertrauen alle Schwierigkeiten überwinden zu können. Sie hat in den Tunneln sogar ihre Tochter geboren. Nur während der Entbindung war eine Sanitäterin als Geburtshelferin dabei. Danach musste ich mich selbst um das Baby kümmern. Wegen der anhaltenden Bombenangriffe ging ich dann mit dem Kind zu meiner Mutter. Die Kommunistische Partei ehrt Vietkom-Kämpferinnen wie Ho Thi Tham für ihre Verdienste. Den Amerikanern hat Frau Damm vergeben. Vergessen kann sie deren Taten nicht. An die Deutschen, im Osten wie im Westen, haben viele Vietnamesen positive Erinnerungen. Andreas Magara setzt seine Spurensuche in Ho Chi Minh Stadt fort, dem früheren Saigon. Hier läuft im Oktober 1966 die Helgoland ein. Der damalige Bundeskanzler Ludwig Erhard will die Amerikaner nur mit Medizin statt mit Munition unterstützen. Neben verwundeten Soldaten helfen die Ärzte und Krankenschwestern bei Geburten und behandeln kriegsverletzte Kinder. Fünf Jahre kümmern sich die Mitarbeiter des Roten Kreuzes um die Menschen in diesem gezeichneten Land. 12.000 werden hier stationär behandelt. Für die Vietnamesen war die Helgoland das weiße Schiff der Hoffnung. In einem der längsten Kriege des 20. Jahrhunderts. Wie durch ein Wunder haben Teile bedeutender Kulturschätze den Bombenhagel überlebt. Wie die Mi-i-Shan-Tempelstadt in Zentral-Vietnam. Sie stammt aus dem vierten Jahrhundert und gehört zur hinduistischen Djam-Kultur. Genau wie der Po-Naga-Cham-Tempel in Na-Chang, einer Stadt im Süden Vietnams. Der vietnamesische Buddhismus hatte in der Kaiserstadt Hue eine große Anhängerschaft. Seit 1993 gehört die Zitadelle mit der verbotenen Stadt zum Weltkulturerbe. Eine Attraktion. Genau wie Hoi An, das bedeutet friedvoller Versammlungsort. Rund 1600 Jahre alt gilt die Altstadt als einzige Stadt im Land, die vom Krieg verschont blieb. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.